Mein Lieblings, ich begrüße euch hier ganz herzlich zu einer neuen Folge League of Legends. Ich bin's euer ehrenwürdiger Nick. Ich brauche so tollen Champion vorzustellen. Ja Freunde, ich dachte mal, es klappt hier alles wieder. Oh, das Mikrofon hole ich mir noch einen Ticken näher, denn ich nehme heute sozusagen gleich schon meine zweite Folge auf, denn meine erste Kassadin-Folge, die war so geil. Und wer sie ehrlich nicht angeguckt hat, der sollte das unbedingt nochmal machen, denn die war sowas schon funny. Aber es waren noch ein paar kleinen Specials drin, also mal was Besonderes. Und ja, jetzt haben wir hier schon wieder so eine klasse Runde am Stüssel. Und ich darf euch einfach hier zu begrüßen. Wir haben Planton1999 auf der Toplane an Support mit Raum. Dann den Kombinator07 mit Caitlyn als ADC-Asylfan. Mal wieder seit langem schön, nicht auch mal wieder eine Runde dabei zu haben mit Swainy auf der Toplane, denn er hat gesagt, Nick, wenn du AD in der Mitte machst, mache ich AP Toplane. Finde ich super, alles klar. Gut. Steht hier so ab. In dieser einen Weight, den man vielleicht ein bisschen abwehren kann. Oh shit. Ähm, ja, Sneaky Sven, Svenny Bond. Finde ich auch mit einem Schlüssel. Lol, wieso haben die hier? Ist hier ein... Ne, Pink ist nicht drin. Oh nee, die haben ja gar nicht was Rort geschossen. Die haben ja gar nicht was Rort geschossen, also die haben hier reingewornt, ne? Die haben hier reingewornt. Das muss ein Rort sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir schocken wahrscheinlich gegen Jace, denke ich, oder? Ringen, Shen? Keine Ahnung. Machen die auch eine komische Scheiße. Boah. Da sieht man mal die pronominöse Range eines Urgots. So, das reichen, alles klar. Ja, ich hab, ähm... Trash, Wayne, Botlane. Der Master of the Blaster in der Mitte. Jay-Z-Boo. Und, äh, Shenny Boy auf der Top-Lane. So, dann wollen wir hier mal den Ersten. Oh. Nick, bitte. Witzig oder Leih, der geil ist auch. Das ist der Nämlich. So, ja, wie gesagt, Ubert heute mal. Oh, was ganz geiles am Spitzel. Gerade, ich hab gehofft, dass ich gegen einen A-Feder zocke. Ist aber leider nicht der Fall gewesen, sondern halt, wie gesagt, ja, oder wie ihr schon seht, ein A-Dealer geworden. Ähm, halt, Jace in dieser Falle. Hm, hat hier Tränke. Boah, wir könnten ein bisschen Low hitten. Müssen wir auf jeden Fall aufpassen, denn hier haben wir Shaco und dann, wie early gang, könnte Mitte... Komm, schön, asyligen... Fuck, executed. Oh, nice, das ist Shen, war zu dumm. Da irgendwie ansatzweise... ...damage drauf zu machen. Ach, da ein Auto-Attack. Oh, ich hätte Dieb gehen können, ich hätte Dieb gehen können. Hätte Dieb gehen müssen. Hätt's nicht nur können, ich hätt's auch müssen, 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 müssen. Hätt ihn bekommen. Warte, was hat er? Iggy, ein Iggy. Okay. Nein, 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 nein. Warte mal, der ist so Low. Der ist so Low. Komm her, ich will den jetzt unbedingt haben. Ich will den jetzt. Seh Dich. Hier und jetzt. Bist, mein Schatz. Komm her zu mir. Oh no. Mike, es gab's hier drin, nach seinen Auto-Attack? Oh, das war... Oh, das war gefertigt. Das war gefertigt. Bitch. Oh, das war gefertigt. Ich will den jetzt nicht. Komm mir nicht zu lange. Das war's. Wer mit dem Q da gelastet hätte, den holt er sich auch noch. Oh, nice, gedodged. Nick. Da haben wir alle Tränke reingepfiffen. Selbst den Großen, da ist es alles gar kein Problem für Nicky-Boy. Sobald wir ein bisschen mehr zu greifen gekommen sind, werden wir uns den jetzt auch schnappen hier. Das ist nur eine Frage der Zeit. Nice, okay. Da braucht ihr auch kein Damage. Das ist wirklich wichtig. Wenn wir da Damage bekommen, dann töten wir uns den Weg. Wenn die kommen jetzt mit. Ne, die töten jetzt auch. Dann macht's gleich klark, boom, und... ...deckend. Dazu ist, da kommt's. Shit. einfach mal so ein kleiner Try also nicht ich habe den Slow da getroffen vielleicht sogar bei ihm komplett festgehalten dann wäre es auf jeden Fall was gewesen oder was geworden so und wenn ich jetzt hier leider nicht so Level 6 bin dann kann ich sogar eine Flash hinmachen und shit ich habe noch ein bisschen Angst vor dem Shaco aber der hat sich ja noch nicht wirklich gezeigt also er hatte halt einmal die Chance finde ich mich zu töten und ich hatte halt ebenfalls einmal die Chance sozusagen beide nicht genutzt Shaco Toplane Shaco Toplane was kaufen wir denn überhaupt mit dem guten Freund hier das ist ja natürlich ein super Flash die wir uns auf jeden Fall auch stellen sollten die auf alle hier machen hier gar keinen Nachbarn oh oh gefährlich 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 Surfblood oder Second Blood nice was für ein Rechart Alter geht erst deep und dann verpisten sich wieder jetzt muss ich nur auf Shaco aufpassen aber ich bin greedy ich will die Lane noch bis zu Ende reinpushen nice da waren nämlich sozusagen unsere Seuchenbombe und unser Ignite noch drauf got you das war richtig schön Damage auf jeden Fall ausgeweist um ihn da ein bisschen nice ok ähm Mini meint auch irgendwie mal so neues Item Cubed hier wie heißt es ganz ja nicht hin ansonsten würde ich ja sagen was eigentlich derbe wichtig ist ja eigentlich bei uns hier was hier ne das ja ne das war einfach ne Idee wir kommen uns hier das zu noch ok vielleicht sagt ihr es ist Bullshit ich muss sagen es mal ist ne geile Idee dann versuchen wir das einfach mal so wenn wir da nicht auch movement speed muss aktivieren nein bis es lohne geht die es ist sind m m m m m m m m auch m m muss man sich sozusagen nur noch vom back snaggen ja freundlich trinken monster by the way ist so in ordnung wahrscheinlich schon ein oder andere aufgefallen ranger macht einen schönen sicheren jungles gefällt mir ganz gut so wie er das macht so ein kleiner trade Wir drängen uns mal kurz auf den Kott rein. Wir halten da auf jeden Fall weg. Ja, wir sind Saison sozusagen. Okay, oh, da reicht weiter. Schwier getan. Äh, hier ist Cheiko vielleicht einen Ticken spät gesehen. Er will, glaube ich, auch den waffsten. Nice, 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 nice. Ah, scheiße. Ja, was denn jetzt hier? Helfen nicht, helfen nicht. Ich glaube, wir haben das immerhin auch hin und her. Aua. Okay, langsam zu der Poker. Scheiße, okay. Oh, ist der die? Ah, die Radl. Die Radl hat er an mich. Okay. Okay. Wie er meint. Äh, mein Handy piept. Äh, äh, äh. So, Handy wegschieben. Hm. So, was brauchen wir als nächstes? Träne? Ja, okay, dann kaufen wir noch die Träne. Ist okay. Da we go. Ja, da hat er natürlich keinen Vorteil gehabt mit seinem Jay-Z. Da macht er mir irgendwie deutlich mehr Damage. 1, 1, 0. Okay. Okay. Müssen wir erstmal wieder auf die Lane kribbeln. Aber Rengar gefällt mir. Ja, der Sveni, der ist solide. Den kann man aufbauen. Ja, war gay irgendwie. War richtig gay. Ich mach da, keine Ahnung. Ähm, hier immer, ja immer, ging da eigentlich immer geholfen, nicht geholfen. Ähm, sehr schönes Problem. Da hab ich auch mal bisschen C-S damit, denke ich, verbrannt. Also, okay. Und quindi erz... ... Geht mir so ab, der Typ?! Geht mir so ab, nur weil ich braun bin, oder was? Und wenn er richtig clever ist, dann geht er jetzt hier lang, okay er ist an dich, aber er geht ab. Soviel steht fest. Geisse, sorry Chucky. Sorry. Okay gleich haben wir ihn. Ja! Juhu, dass wir den Kill bekommen haben. Nice. Bam, bam, bam. So, jetzt sieht das ja schon ganz gut aus, wir könnten jetzt auch mal langsam vielleicht mal ein Drag anstreben oder so. Mal gucken, aus. Okay. Ja, ich habe glaube ich aber ein bisschen gefällt mit meinem Bild. Ich glaube ich hätte, wenn, auch die Mana-Mindes anpacken lassen sollen. Ich habe noch Blut, dankeschön. So, jetzt kommen wir hier nochmal angekrippelt. Wie geht es denn mit dem Farm aus? Also, Freunde der Sonne. Ist Urgott. Ist Urgott. Ähm, ja, Farm ist eigentlich ganz in Ordnung. Nice. Ist auch mit 1, 2, sieht das nicht gut aus irgendwie. Würde mich ja ärgern. Nun. Es ist auch mit der Chaco da. Ich hab Chaco Verzeih, dass wir unseren Slayer schon aufhören Alles? Oh shit Ah, nice Why not, würde ich sagen Why not Oh yeah Gutes daneben Diese Shoot Oh die Mami Jace hat auch schon Auch unsere Kate Ich weiß nicht, wenn wir mal angucken Wir haben ein komplettes Visual Update bekommen Das müssen wir gleich reinziehen Was ist denn da los bei euch? Da wurde zu viel gepusht Wird zu viel gepusht Wird zu viel gepusht Dodge Alles dodges hier Sneaky Oh yeah Okay Destination Machine Nice Ich lau ihn hier Ich lau ihn hier Nein Nein Voll rüberholten Wird auch witzig gewesen Das wäre doch witzig Oh ja Hey, das hat ehrlich Nice Na Existence is torment Nagle mit der Schild noch aktiviert. So wollen wir das sehen. Und man sieht auch, ich kleb die ganze Zeit immer rein vor hier. Oh, was hat das denn für ein Schlag, ich habe jetzt wehgetan. Komm jetzt her, mach nicht so eine schwule Lane daraus. Ich will Ballern mit dir. Geil, das ist richtig gestanden, ich will nicht Ballern. Was ist das, was ist der echte Checko? What? Real Checko? Der geht so deep? What? What? Nice. Die. Ey, ich habe einen MQ und ein Knut. Was ist das? Nice. Ich habe einen Mist. Auhoo! Ace mir die Freunde erstmal hier. Freunde des guten Spiels. Mensch. Oh, diese deutsche Sache. Gut wir gehen nochmal zurück. Gehen wir die Runde, ganz klar. Ich weiß nicht ob es ein Troll ist, ob er, äh, weiß ich nicht, ähm, ja, Experiment hat, äh, wahrscheinlich nicht. Weil Cheney, da läuft nicht so, würde ich sagen. Ratchet hat wirklich sogar 20, ähm, Swiss mehr. Die Trollen sind auch wieder hier. Hey, dieses League of Legends. League of Thrones, wie ich dir ja gesagt habe. Rampage, Nicky Sweeney. Mein Toplaner, äh, mein Midlaner hat sich auch schon auf die Toplaner zu sehen. Ach, wir haben Lanes. Lass mich mal hier an. Wer hat mich mitladen? Lass mich alles zugedeutet. Einer ruhig von Cheney gesehen. Der war nicht auf meine Länge. Ich will mir einfach mal ansehen. Ich will jetzt einen Schäfer. Ich will jetzt alle treinen. Ich werde sie auch voll Wow, nein Juhu, hallo Nein Hehehehe Hu 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 Ha! Hm, okay, warte mal, das hätten wir irgendwie anders spielen müssen. Ah, ich hatte einfach den falschen Laner gegen mich, würde ich sagen. Da habe ich einfach nicht genug evil stubby durch. Okay, Bado. Bei devs bin ich hier der meiste devine. Ja, und dann habe ich es, würde ich sagen. Der Raider in den. Der Wain so. Ja, wir waren irgendwie echt das Überleben der Routine. Ja, wir waren irgendwie echt das Überleben der Routine. Ja, das war's. Haha, nicht guter Joe. Oh, die sind die Damage. Die sind die Damage, die sind die Damage, die sind die Damage. Oh... Oh, Mann, 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 das gibt's doch nicht. Das ist nicht, oder? Racer habe ich noch bekommen, aber... Oh, was war das denn? schon wieder kommt doch immer wieder ist nicht so solide man gibt ihm auch wieder eine chance ich weiß nicht, ich enttäuscht am 109 ok also Bei Deaths würde ich gerne wegstreichen mit 4-1, Leute, hübsch aus. Ah, weiß auch nicht genau. Ich finde, im Early-Game geht er echt gut. Ich finde, das ist ein ganzer Swarm. Und Endgame ist echt... Burke. Das ist ja richtig normal. Die Geist von Eternal Pain. Sieh so nicht, dass er hätte ich zum Schreibt, ob er etwas zu schreibt. Wenn anybody in die Sache geht. Nein, nein, nein. Okay. Jawoll, schönen Raum. Heiß Protektion, boy. Uh. Hinten hier süße Raum. Alter, anlauf mich. Seht ihr das? Anlauf mich. Oh, war ich der hässlich? I love mich? Mann, Mann, Mann. Oh, das war ein bisschen leicht hier. Jörg. Rang hat. Okay, also ich fand mein CS ganz gut. Auch gegen Jason, Mann. Das ist ganz gut gemacht. Alter Mann, was ist das denn hier? Geil, der Scheiße. Ah. Na, das hab ich gleich gesucht. Existenz ist torment. Mensch, hat sich ja richtig viel bei Kälte verändert. Wir sind auf dem Weg. Hallo, das war mein Verdienst. Als ich sonst wieder weggebrötet. An der Power rein. Boah, das war ein Katt Yangsophon. Ein Katt-Katt-K�� Ähm... Ich versuchte, wenn ihr sechsbetrspace, sage, Joghurt, zweites LP. So Leute, eine Runde Joghurt war das? Schreibt ja gerne in die Kommentare, welches ist euer Lieblingsjoghurt? Das ist das, was tragen sie heute im Tadion. Ist es der... Oder weiß ich. Welches ist euer Lieblingsjoghurt? Weeweeweewee Weeweewee Ansonsten finishen wir jetzt den Scheiß hier. Ansonsten wird ein ganzer Joghurt noch warm. Noch ein Kill? Nein, 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 nein. Grüß den Joghurt und alle diejenigen, die dieses Video kommentieren. Genau, ich suche nur einen raus und bis zum nächsten Mal. Also Freunde, euer Lieblingsjoghurt. Ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal. Freunde, ihr Lieblingsjoghurt. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Yes.